Ja schönen guten Morgen, wie Sie gerade beim Ausreiten haben wir das Wetter heute traumhaft. So, und das werden wir mal ein bisschen schauen, galoppieren wir mal ein bisschen. So, wir kommen. Ja, das macht mir nicht viel Spaß heute wieder. Der Dormi ist auch gut drauf. Ja, wir sind jetzt in den Wald hinein. Der Dormi ist heute sehr gut drauf. Ganz entspannter Galopp hier. Und vorgegen. Ja, dann probieren wir jetzt da noch einmal raufkaloppieren. Ein schöner Waldfeld. Wunderschön. Okay, ist damit, komm, galopp. Wir schauen ganz aufmerksam. Könnte was sein. Könnte ein Tiger um die Ecke kommen. Oder ein Leopard. Ohren aufgestellt nach vorgerichtet. Ja, das macht so richtig Spaß. Guck nach hin. Ja, da reise ganz aufmerksam. Vielleicht liegt ein Wasserhahn verzahnt auf. Nein, nur eine Amsel. Leider nichts spannendes. Na gut. Jetzt sind wir wieder aus dem Wald heraußen. Wunderschön. Wunderschön. Freisfeld. Es ist heute einfach herrlich, wieder hier zu reiten. Das sind alle Leisienerwein dazu. Man kann auch die ihn ganz praktisch weg haben. Ja, das ist wirklich die Freiheit. Fast kann es schöner sein, dass immer auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück der Erde. Was sagst du dazu? Genau. Na rühkühlen Ohrwaschel. Das ist echt. Wunderschön. Ja, das ist eine gute ganze Bekampung. Sie ist da vorne, muss man fallopieren. Au, das Sack. Okay, ja wunderbar. Wir mischeln. Ja, ha, ha, ha. Die sind nicht da vorne, aber es gab es sich. Okay, wir leiden sagen. Das ist die ganze Bekampung. Wir machen noch ein paar Reiseite und tun eine kleine Reiseite. Und dann wird die Koderchen was schneller. Oder muss man sein. Das ist ein Koderchen und das ist ein Koderchen. Ich bin ein Koderchen mehr in der Koderchen. Die wurden mit 4 Koderchen rausgesucht. Das ist ein Koderchen. Das ist ein Koderchen. Aber in der Koderchen kommt zusammen. Ich bin ein Koderchen. Und ... Woher sich das nicht parkour Pelchen im Koderchen noch nicht. Die ist so gutếch. Die sind das Koderchen. Schöne Stolperrachung Super, super war das für heute Tobi, ganz tolle Klasse, braun Ja, das war der heutige Ausdruck Tschüss